so freunde hier bin ich wieder mit einer neuen folge und ich baue hier noch ein bisschen die bahn aus wenn ihr nichts dagegen habt so ich würde mal sagen ich würde mal sagen aber was sage ich denn wir sagen mal auch nicht zu eierig wie wir es denn hier mit dem bahnhof gehen wir hier ein hin aber da war doch glaube ich eben noch was oder nein da oben ja ich würde mal sagen kriegen wir die strecke denn da so rüber müsste das jahre aber ich mache es so und dann mache ich den erst mal so dass er da gerade kommt genau könnte das stück hier noch gerade machen warum ist mir gerade hier wer das hier ja warum geht es denn hier nicht ist doch komisch kann ich da auch so schön naja ähm krank dino stellen eine potenzielle gefahr für andere dino star sie erhöhen das risiko in den einrichtungen wo es in einer krank moment 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 wir müssen mich ja so kann man ja da da und da so genau fleißbreiter den kämmer auslassen so so sozial ist ja ich glaube der lebt immer gerne alleine nahrung wasser hat ja so guck mal alles nur für dich lecker so so der piepvogel unter den bäumen so so ich will aber jetzt noch mal gucken wo ich hier mein bahnhof hin machen kann natürlich ist nicht so einfach natürlich ist nicht so einfach so 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 hier so 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 da war doch was hier Ist ganz knapp, aber gut, dann muss ich da die Schiene nochmal irgendwie anders legen. Mache hier einen Bahnhof hin. Dann kommen wir so nicht rein. Das ist natürlich. Wir müssen erstmal von hier hinten irgendwie kommen. Aber hier mache ich immer so eine kleine Runde. Dann haben wir hier einen Bahnhof. Ja, führt zwar hier rum, hier ist dann nichts, aber kann die Kurve nicht hier so ziemlich eng. Das geht nicht. Hier ist dann noch eine Wegverbindung. Ja, eine neue Einführungbahn wurde eröffnet. Hier ist dann sozusagen Ankunft und auch Endstationen und Abfahrt. Und dann können die dann wieder hier rein anfangen oder wie. Und dann geht es einmal hier rum. Und dann ist hier noch eine Haltestelle. So, die müssen wir auch noch verbinden. Dann einmal gucken, wo geht es denn? Eieieiei, kommen wir hier durch. Kommen wir da durch. Dann müssen wir den Zaun etwas weg machen. Ja, warte mal. Ändere ich erstmal hier ein Stück vom Zaun. Dann hier dran und dann da dran. Dann kommt der Zaun auch mal hier hin. Ähm, nein, nicht drohen. So, auch uns aber. So. So. So, und. Ein bisschen komisch hier, der Knubbel. Warte mal. So. Gut, ich habe jetzt meine Uhr nicht gestellt. Also ich weiß nicht, wie lange ich die aufnehme. Aber naja, gut, was ist das? Waren wir diesmal ohne Uhr. Ähm. Hm. So, und dann gibt es ja hier noch diesen Rundgang irgendwie. Wow. Okay. Ähm. Ähm. Lalalala, lala, lala, so. Dann hier. Dann mache ich den hier so durch. Hier so schön lang. Tag, 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 oh, zack. So. Ähm. Futter muss aufgepfüllt werden. Unterwegs zur Futterstation. So. Ähm. Gucken, gucken, gucken. Ah. Ja, wo wird mir angezeigt? Ja. Plump. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Ähm. ist denn jetzt hier kein strom ach warte mal hier muss was gemacht werden kaputt das ist kaputt so ja ich denke mit gebäude in die jetzt sind von den tingen die gehen nicht so kaputt aber ok lassen wir sehen produkt wird transportiert aber irgendwo fehlt doch noch was drei stationen mit strom versorgt ja weg verbindung ja ähm setz um um komisch 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 irgendwie nein das ist nur die bahn somit abdecken ähm ha setz am setz am setz am setz am gebäude kaputt oder was das auch in ordnung in ordnung wo ist denn hier ist so jetzt nichts zu sehen irgendwas sehe ich da nicht komisch das ist auch in ordnung Huh Cool Keine Ahnung 89 prozent haben wir darauf besorgt das ist gut ein dass ich hier und der andere war dann jetzt irgendwo anders ja genau okay das ist 91 aber die bahn warum auch immer fährt nicht hier genau die hat keine verbindung dann machen wir doch mal eine verbindung erstellen weg ist verbunden jetzt wird noch der strom halleluja ja dann gucken wir doch mal dann nehme ich ja auch noch mal extra kraftwerk da ein bisschen mehr strom brauche ich vielleicht nicht aber das ist egal je mehr strom die insel hat umso besser die versorgt ja oder hier hin ist egal mal gucken 58 51 und so weiter könnte ja 53 einmal 54 52 gut warum nicht machen wir es hier hin dann wird jetzt einmal hier mit drogen versorgt und wenn die dann hier ankommen, dann gibt es hier gleich auch was zu essen zu füttern oder einen souvenirladen für die die dann halt geht, genau kleiner souvenirladen noch ein bisschen ein souvenirladen und den spielwaren laden souvenirladen war zum spielwaren laden so wegverbindungen, ja, stromverbindungen, ja, ok schwimmen jowsan-box Ähm. Liebe Gäste, mein ist nie zu alt, um bei uns um neuen Spielwahlen vorbeizuschauen. Äh, hallo? Hä? Können wir hier nix... Nein, was war denn das? Die Preise, aber da kommt nix, da rütze ich nix. Seltsam. Wieso rütze ich da nix? Spielwarenladen. Betriebskosten Null, warum denn Null? Seltsam. Wieso geht denn das da nicht, oder? Komisch. So, die Bahn fährt jetzt. Bringt auch von dieser Seite Besucher. Und das hier die Läden? Komisch. Verstehe nicht. Äh, aber gut. Um andere Läden kann ich die Preise ändern, aber hier geht es im Moment nicht. Ähm. Wie wär's denn hier? Wie wär's denn hier? Mit einer Beobachtungsstation? Könnte mal machen, ne? Der Park kommt ja auch langsam entgangen und so weiter. Müsst noch zwei Saurier ausbrüten, klar. So. Nur bei dem hier nicht, der fühlt sich alleine ja sehr wohl. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hat er dich wieder tut in den Bäumen verkrochen? Hm. Wo bist du denn? Da ist er. Na ja. Ja. Muss alleine sein, weil... Na ja. Gudi. Ähm. Bam 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 bam. Da ist er. Bestand sozial. Ja. Hier können auch mal aufgeführt werden. Unterwegs um Futterstation zu füllen. Auftrag abzuschlaufen. Lassen Sie sich das jetzt nicht zu Kopf steigen. Aber das war beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag. Ja. Sehr schön. Wir sind zur Futterstation unterwegs. So. Was haben wir denn hier nochmal? Ah ja. Ein Kreithonsaurus. Da ist so einer. Gut, das sind beide jetzt. Ähm. Beide nebenan da genau. So. Äh. Ja. Ich habe jetzt leider keine Uhr. Ich weiß nicht, wie lange ich die Folge jetzt gemacht habe. Aber ich denke mal. Ich mache an dieser Stelle erst einmal Schluss. Und dann. Sehen wir uns in der nächste Folge wieder. Bis dann. Bye bye. Bis dann,